Ja, meine Befeni-Erfahrungen. Drei Fehler, die du als Befeni-Partner oder Partnerin auf Facebook definitiv nicht machen solltest. Ich selbst bin kein Kunde oder Partner von Befeni-Maßmoden. Ich bin Social-Media-Trainer und ich habe mir einige Profile angesehen von Befeni-Partnern und möchte hier Erfahrungen weitergeben. Also, Fehler Nummer 1 aus meiner Sicht ist es, über die Befeni-Produkte zu posten. Das heißt, der erste Impuls ist, du bist begeistert und das ist ja ganz, ganz wichtig, weil sonst kannst du keinen Erfolg haben bei Befeni. Aber in dieser Begeisterung machst du einen Fehler. Du beginnst zu posten auf deinem Profil. Warum ist es ein Fehler? Nicht, weil die Produkte schlecht sind in das Unternehmen, sondern weil es gegen die Facebook-Regeln ist. Es gibt Community-Standards und da ist ganz klar festgelegt, wenn du ein Profil hast, darfst du keine Werbung machen. Jetzt machst du aber Werbung für die Maßhemden, für die Shirts, für die Pullover und du merkst auch zusätzlich noch, dass es den Menschen nicht gefällt. Menschen wollen keine Werbung und hier gibt es eine andere Strategie. Ich nenne sie die 3 von 10 Strategie. Ich möchte es dir kurz vorstellen. Das heißt, du gibst drei Tipps, so wie ich das heute auch mache, drei Tipps und ich lade dich dann ja in ein Gratistraining ein. Du gibst drei Tipps in einem Facebook-Posting, sag dir gleich wie, und sagst dann, wenn du die sieben anderen Tipps haben möchtest, schick mir eine Nachricht. Die Person schickt dir eine Nachricht, du hast ein Dokument vorbereitet mit diesen sieben Tipps, schickst dieses Dokument zurück und es sind nicht nur die sieben Tipps oben, sondern Tipp Nummer 8. Ja, wo ist denn deine Einkaufsquelle? Wo hast du die Maßhemden dann wirklich gekauft? Und so kannst du dir wirklich viel Kunden aufbauen. Meine ganze Erfahrung habe ich nicht aus Theorie, sondern aus der Praxis. Ich war selbst im Direktvertrieb, habe nur mit Facebook ohne Werbung im siebten Monat 213.000 Monatsumsatz gemacht mit einem 83-Euro-Produkt. Also, jetzt kommen wir aber auf die Idee, das heißt, wie können wir hier wirklich Mehrwert stiften und das fällt vielen schwer. Geh einfach mal auf Google rein, habe ich auch gemacht und ich habe bei Google einfach Hemd eingegeben. Und dann kommen ja die Vorschläge und dann habe ich einen Vorschlag gefunden, richtiges Hemd zur Fliege. Okay, ja, wie finde ich das richtige Hemd zur Fliege? Ja, könntest du einfach drei Tipps geben und dann noch sieben weitere. Oder ich habe mir einfach mal Pullover eingegeben und da kam dann bei den Vorschlägen Pullover richtig waschen. Ja, wie kann ich einen Pullover richtig waschen? Und Menschen, denen das wichtig ist, dass sie einen Pullover richtig waschen, die sind auch affin für deine Thematik eben für Buffeni, Maßhemden, Shirts, Pullover. Also, Fehler Nummer eins ist, über die Buffeni-Produkte zu sprechen. Fehler Nummer zwei ist es, zu viele Freundschaftsanfragen zu schicken. Ich kenne die Problematik, am Anfang war es bei mir auch so, du hast ein Profil, du weißt, du kannst maximal 5000 Freunde haben. Es ist ein großer Fehler, 5000 Freunde zu haben, weil es gibt das Prinzip der aktiven Freundesliste. Das heißt, es zählt, wie viele aktive Freunde hast du. Aktiv heißt, wie viele schreiben mit dir, wie viele konsumieren deine Inhalte, wie viele kommentieren, liken und so weiter. Aber das ist ein anderes Thema. Heute möchte ich mich konzentrieren auf die Anzahl der Freundschaftsanfragen. Du wirst schnell merken, wenn du 30, 40 Freundschaftsanfragen pro Tag schickst, kommt auf einmal so ein Pop-up, kennen sie diese Person persönlich. Also, sind sie mit der im normalen Leben connected. Das ist eine Warnmeldung. Weil spätestens einen Tag später bist du für diese Funktion gesperrt. Das bedeutet aber gleichzeitig auch, den Menschen, denen du vorher die Freundschaftsanfrage geschickt hast, die haben kein Vertrauen. Facebook misst die Quote, wie viele Anfragen schickst du, Freundschaftsanfragen, und wie viele werden bestätigt. Und dabei ist es ganz, ganz wichtig, dass dein Profil gut ist. Und wenn du jetzt auf deinem Profil, auf deinem Facebook-Profil, nur Werbung hast für Buffeni, im Titelbild, im Profilbild, im Steckbrief, in den Postings, dann kannst du dir vorstellen, wenn du jetzt jemanden eine Anfrage schickst, der schaut kurz auf dein Profil, sieht, aha, Buffeni, 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 oh, der will mir was verkaufen, weg. Stell dir mal vor, du hast ein Profil, wo du sagst, ein Titelbild mit deiner Familie, mit deinem Partner, Hund, Katzen, in der Natur, und es sind ein paar Videos oder Textpostings dort mit wertvollen Erfahrungen. Das heißt, du schickst es ja schon einer Person hoffentlich, die grundsätzlich offen ist für das Thema, und die kannst du finden, das sage ich dir dann gleich. Das heißt, was wollte ich eigentlich sagen, wichtig ist eben diese Quote. Und deswegen, a, nicht zu viele Freundschaftsanfragen schicken, b, vor allem die richtigen, und dein Profil muss passen. Ich habe für dich auch ein Training vorbereitet unten, wo ich dir genau zeige, wie du dein Profil aufbaust, das ist wirklich ein intensives Training. Da zeige ich dir einerseits mal, wie du dein Profil aufbaust als Buffeni-Partner, und wie du dann die Leute ansprichst, etc., aber lass mich dann dazu kommen. Also, Fehler Nummer 3 ist dann, in Mainstream-Gruppen zu gehen. Also, du denkst dir jetzt, okay, ich möchte meine Buffeni-Produkte verkaufen, dann gehe ich doch einfach in die großen Gruppen. Das ist ein riesig, riesig großer Fehler. Ich möchte eine Erfahrung erzählen, ich bin ja aus Hartberg, hier gegenüber gibt es ein ganz kleines Fitnessstudio, Crossfit, kennst du vielleicht. Und hier gibt es so Crossfit-Gruppen. Es sind oft nur 200, 300 Menschen dabei, und ich habe damals mit einem sehr schwierigen Produkt, das kann man vergleichen jetzt mit, also schwierig zu einem sehr speziellen Produkt, also individuellen Produkt, kann man vergleichen mit den Maßhemden von Buffeni, das habe ich verkauft. In diesen Gruppen, wo nur 200, 300 Menschen waren, warum? Weil ich wusste, wie ich die Menschen anspricht. Konzentrier dich auf sogenannte Nischengruppen. Das heißt, dort, wo wirklich die Menschen sind, die grundsätzlich offen sind für das Thema. Jetzt ist natürlich die Frage, wie findest du die? Und das möchte ich dir zeigen. Wie findest du die Gruppen? Wie baust du dein Profil auf? Wie sprichst du die Menschen an? Wenn du bereit bist und sagst, ja Willi, ich vertraue dir, ich gebe dir meine E-Mail-Adresse, ich mische in das Training, dann schaue ich jetzt nach unten. Und wenn du sagst, nein, ich vertraue dir nicht, Willi, dann hoffe ich, dass dir trotzdem geholfen hat. Und ich wünsche dir viel, viel, viel Erfolg. Bei Buffeni. Hau rein. Rock it. Schönen Tag noch. Servus. Bye, bye.